Fahr'n! Das ist ja auch eine gute Fahrt, gell? Du doch nicht! Hast du doch gesehen, 20 Jahre? Der hat mich weggetrunken, der hat mich weggetrunken. Beobachtung! Da haben wir jetzt so ein bisschen Läufdauer noch. Ja, das hat jetzt mal Turm und A so gemacht. Da ist ja immer dran durchgekommen. Ich glaube, wenn man wieder aus dem selben Jahr ist, dann ist man mal so geschissen. Erstmal im April, der Schwarze, dann nimmt man den Silber noch einmal. Ja. Ich bin mal froh, wenn ich das mal wieder übersteigen habe. Kassi. Ich hab bei meinen 1,2 geholfen, nochmal ein Andererseits gewechselt. Hat er auch so schwer gedreht, ja? Nee. Bei mir war das immer so, der hat mal gestartet, man hat dann nicht gestartet. Ach so. Das ist bitteschön jetzt der dritte Andererseits. Na Alexander, Platz 1, steigen bitte. Können Sie vielleicht einstürzen? Der dritte Stand zum Fügel? Ja, vorne hier stehen oder hier hinhalten. Zeug nein! Ja, genau. Hier. Auf Start. Hier auf Stoppen. Ja, das ist die andere. Ja, das ist die andere. Der magbar gemacht, ja. Mal kam, aber es ist immer aufgeklaut, da ging er gerne eine Weile. Und irgendwann war er mal so, dass er nicht mehr gut ist. So in der Art war das bei mir oben. Und das Schlimme ist, den Rokar habe ich ihn geholt von die Hörn, die haben wir dann angeschleppt. Und der war gut. Und das ist von die Flasche. Und der ist ja... Vorher hatte ich genau dasselbe. Da habe ich schon eh mal getauscht. Jetzt hat er den aber woanders hier. Da ist er weg, dann mal zu VW gefahren. Ich sage, ich komme ja nicht mehr genau weg. Stehst du unter dieser Automatik? Kannst du noch nicht mehr anschieben? Ich dachte, es ist in der Kurve vorne. Ja. Mehr ohne Möglichkeit. Nee, und dann hat er mal mit dem Anlass oder auf der anderen Seite geklappt. Dann hat er auch. Ja. 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 Hier hat er dann 34 Euro Piccolo wieder für den Alpen. Ich habe ja auch Michel Kutsel. Erst mal die Maschine hoch über 300. Und der Einlasser auch noch mal so viel. Das war Wahnsinn. Da denkst du mal du kochst halbe das Auto, wisst du? Ja, das hatten wir auch nicht eh. Ja, es schmerzt. Das ist allerdings richtig. Was ist die Musik? Was ist das für YouTube? Was ist das für YouTube? Ich habe mich nicht mehr geschenkt, aber es ist nur meine Videobeschrassen. Ja, wir sollen noch mal. Das ist ja... Kannst du mir auf YouTube? Ich bin der Selle-Selle, aber ich muss meine Videobeschrassen. Ja. Ja. Ja, das hat vielleicht geschmerzt. Ja, ich hab dieses Jahr auch schon viel, meine Augen zu bestieren. Also immer eine Anlasser, die Maschine bei denen. Dann haben wir 500 Euro für den anderen damit. Ja, jetzt mach ich doch. Reicht das mal wieder für eine Weile noch? Ja, das ist ja alles Auto. TÜV ist oft teurer geworden? Ja, über 80 Euro, weil ich jetzt bezahlt hier ab. Das letzte Mal, jetzt da war es hoch. Die haben jetzt noch 79. Vorher hatten sie immer 69 Lädel. Und jetzt haben sie 79. Na ja, mein Hans ja. Jawohl, Günther. Weit nicht mehr. Ne. 950 Woldeos. Ja. Ja. Und wir haben sie jetzt schon mal in der Stelle. Jetzt schon, ja? Da sind schon oben Karin da. Und nicht vor der U5 und nicht vor der Uhr. Nee. Na gut, wir wollen mal ein bisschen Sonne tanken da, weil ich ja nicht alle aus dem Tunnel kommen. Boah, der Nebel ja nicht. Na gut. Ja. 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 Ja.